Das hier ist unsere wunderschöne Hermione, die gemeinsam mit ihrer Schwester Hexe und ihrem Bruder Houston hier im sicheren Hafen ankam und jetzt mit der Gruppe läuft. Hermione ist sehr, sehr, sehr menschenzugewandt und liebt aber gleichzeitig auch das Spielen mit allen Hunden in der Gruppe. Das hier ist unsere Wunderschöne Hermione.